hey hey hallo leute und willkommen zu diesem kleinen video und zwar wollte ich heute sagen dass es mir heute mega scheiße geht und ich deswegen heute kein video bringe ich war heute außer noch unterwegs auf dem flohmarkt und so und ja ich hab mir seit schwindelig ich hab halsschmerzen und ist halt nicht so schön und ich hab mir einfach gedacht so heute möchte nicht ich habe mich jetzt kurz hier hingesetzt pc gestartet um das hier aufzuheben für euch damit ihr bescheid für sich lade ich jetzt sofort im anschluss hoch und ja mehr möchte ich auch gar nicht sagen ich hoffe dass es morgen wie gewohnt weitergeht ich hab halt kopfschmerzen mir schwindelig ist übel und ja heute nicht nimmts mir nicht böse ich hoffe morgen gibt es wieder new life und ja schaut da so lange bei den anderen videos vorbei die ihr noch geguckt habt scrollen ein bisschen runter da seht ihr mehr playlists von mehreren projekten und auch non minecraft sachen und so weiter und so fort ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel spaß auf meinem kanal bleibt sauber macht's gut auf wiedergeschauen bis zum nächsten Mal